Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Season 2 mit 5 Bobs, Michke, Kalle, Tiberius und Alex. Aber der Esel nennt sich das Letztale. Genau, deswegen habe ich mich auch zuerst genannt. Er hat eine Probe und starben, deswegen ist Julian weg, weil er für heute keinen Bock mehr hat. Can, sein PC ist von seinem Vater konfisziert worden. Das muss man doch nicht sagen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, Pech, weißt du, sowas, sowas hau ich gleich raus, weißt du, der Mongo. Ja, wir hatten da jetzt so richtig geil drauf rum am besten. Ja, weißt du, Can stinkt voll. Ja, schon das übelste Mongo. Ja, Nils ist nicht da. Ja, der hat einfach keinen Bock mehr, glaube ich. War der überhaupt schon mal da? Und Julian ist auch nicht da. Ja, Nico hat doch Nils mal bei Skybahn gerufen. Achso. Ja, das war so gut. Nils hat sogar geantwortet, ne? Oh, da ist ein Skelett drin. Wer wohnt denn eigentlich bei mir? Lass es hier drin. Alex, wohnt es noch bei mir? Ist eh nur Can's Haus. Sind alle ausgezogen. Alex wohnt jetzt bei uns und ist unser Inselsklaven. Ja, ich bin zu Gast. Nee, nee, nee. Ich habe gesagt, ich baue dir was. Du kommst hier nie wieder weg. Du wächst ganz ehrlich. Das werden wir erst sehen. Und wenn ich sterbe, bin ich nie wieder weg. Einmal in Wann der Insel, kommt man nie wieder weg. Ist echt so. Also wie bei Lost, oder was? Ich wollte hier eigentlich auch nicht hin. Wie bei Lost, okay. Das stand nicht so im Vertrag, ne? Ja, natürlich. Ja, ich habe ja auch keinen Vertrag unterzeichnet. Deswegen kann ich einfach gehen. Ja, von mir aus, ich kann gerne rübergehen. Weil jetzt ist Pepp ja nicht mehr da. Wenn Alex, sollen wir immer rüber... Nee, weil ich will ja... Aber mal, Nils ist noch da. Stimmt, Nils ist noch da. Der lebt ja auch noch. Weißt du, auf einmal so das nächste Mal. Ja, Nils, wir sind nicht mehr da. Ah, süß. Das fände ich jetzt ziemlich lustig. Aber ich muss, glaube ich, erst mal eine Kiste neu formieren. Aber ich glaube, ich... Aber ich glaube, ich... Schrei nicht so rum. Das ist Popetrisch. Bitch. Popetrisch. Was laverst du? Was laverst du? Was laverst du? Genau. Alter, komm mal auf, ey. Komm mal auf. Dies Lava-Witze sind wir da. Lava-Ist. Was schlaver ich eigentlich mal wieder? Keine Ahnung. Übelsten Bullshit. Das Ende ist mega scheiße. Okay, jetzt stimmt das. Wollte ich nur mal sagen. Schöne für dich, Diego. Und jetzt? Ich muss kurz zur Barmer Bus gestellt werden und mal kurz wohin fahren. Wollt ihr mit? Nee, nee. Nee, danke. Zur Barmer Bus. Alter. Alla? Nee, ist nicht mein... Alla. Alla, die Spacken sind das. Alla. 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 Haben wir es jetzt alle mal gesagt? Nochmal, nochmal. Nee, ich kann mal eigentlich wieder aufhören. Nee, ich würde es... Ich würde es passen. Äh... Selbst auch als Alla. Ein Hoch auf die Wüste. Ja, das versuch. Regnet's mich. Nico? Ja? Ich möchte dann mal ein Spiel mit dir spielen. Okay. Ich möchte ein Spiel mit Ihnen spielen, Mr. Smith. Ja, ich bin kein... Ich bin kein so ein riesen Zorn-Fan. Ich habe die schon alle gesehen. Ja, ja. Ja. Ich auch. Äh... Ist mir eigentlich schon ein. Okay. Ja, ja. Und wir wetten auch dann um irgendwas, damit das spannend bleibt. Okay, ich würde auch gerne wetten. Ich würde auch gerne wetten. Sportwetten-Annahme hier. Nee, nee. Es geht ja nur um mich und Nico. Ja. Ja, um Nico nicht. Ich erklär's dir aber dann. Ich will doch kurz was bauen. Ey, 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 bitch. Ey. Also man sagt Nico und mich, okay? Ja, das musst du gerade sagen. Bei der Moderation. Ja, genau. Du. Genau du. Genau deswegen habe ich es auch eben gesagt. Ja, dann komm raus. Nee, also ich komme dann zu dir und erklär's dir dann auf dem Weg. Weil das dauert eben ein bisschen. Ich komme dann. Da endet der Satz. Oder beziehungsweise komme ich nicht zu dir, sondern... Ach, ich erklär's dir dann. Wir haben extra im TSM extra Afkwixen-Channel. Also bitte geht da rein. Ja, Kubi, verpiss dich. Also, Kalle. Was denn? Hast du das ja nicht wieder weggemacht? Nee. Du, Arslag. Arslag. Arslag, Rudi oder was? Arslag, welcome. Hey Alex, ich brauche Obsidian. Ich wollte den Keks zusammen. Komm, heim. Ich bin zu Hause. Na, fünf, du. Ich bin endlich Kilometer heim. Ja, jetzt bin ich daheim. Uuuuh. 1500 Kilometer, mal schau. Schwimmern. Walla. Sag Walla. 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 Das war kein schönes Walla. 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 Du schlatschen immer alle durch mein Haus und machen die Türen nicht durch. Ey, das ist kein Durchgang, das ist ein Haus. Ja, Spack. Alex, du guckst in die falsche Richtung. Hi. 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 Kau auf Essen. Kau auf Essen. Essen? Komm her, hast du. Komm her, Pitch. Ey, wir haben Kartoffeln. Ey, wir haben roten Lachs. Warum haben wir roten? Ich habe Kartoffeln. Wie sollen wir roten Lachs? Wir haben auch Kartoffeln. Warum haben wir roten Lachs, Alter? Alter. Ich habe keine Kartoffeln. Geben acht. Das ist ein bisschen, Entschuldigung. Alter. 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 Roln Lachs macht so viel raus. Roln Lachs. Alter. Oh mein Gott, hier müssen wir mal abformen. Alter, keine Lust dazu. Alter. Alter. Herr Alex, wenn du enchanten willst, musst du mir sagen, ne? Warte, 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 hast du noch nicht? Warte, 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 ich muss eh so noch verbinden. Welches Level hast du, Alter? 100. 700. Mikro? Ja. Moment. So dumm, fuck, hast du Lust, dann ein Spiel mit mir zu spielen? Warte, ich habe es, Alex, ich habe es noch nicht, wie viel Level hast du denn? 10. 700. Shit, 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 shit. Wow. Wieso hast du das Nether-Portal abgebaut? Ich brauche doch Obsidian. What the fuck? Ey, ich brauche Obsidian. Ich kann es dir wiedergeben, oder du kannst es mit Lava, kannst du es neu machen. Ey, ich hätte eigentlich, stimmt, ich hätte in Nether gehen können, Lava holen, könnten meinen 20 Alman das dann holen können, das wäre natürlich leichter gewesen. Mhm. Ja, zu spät. Was machst du denn da? Ich habe kein Obsidian. Wie bist du das epische Gewitter hier gerade, Alter? Ja, aber es geht nur mit dem Wetter. Ja, ich höre es nur. Alex, musst du never, musst du never gehen, oder wie? Ne, ne. Ich wollte eigentlich so sagen, zur Zeit nix, also zumindest jetzt noch nix. Ich sagte dann, wenn ich in den Nether rein muss. Ich muss jetzt erst mal gucken, was ich hier drin habe. Da ist Fichtenholz. Wieso haben wir Fichtenholz, Alter? Wieso haben wir Karotten? Äh, wie ist das gerade ein Gewitter hier am gehen, ey? Weil's... ...keinen Rollstuhl hat? Badum! Ah! Das war schlecht. Ah! Der war so gut. Ich schmeiß mich weg. Also... Ey, ich könnte mich gerade in ne Tonne kleben. Ja. Da könnte es fast Suizid beginnen, genau. Mit Gesicht vor... Könnte es fast Suizid beginnen, so gut wär der. Ja, lass zusammen machen, ey. Weißt du, allein ist nicht so... Daysioise, bin faul. Nane. Mach du mal. Ne ne ne, ne ne. Will ich so anfangen? Ja, weiß nicht? Ich bin schüchtern. Fang du mal an, ich mach nach. Aber ich bin schüchtern... Und? Ja, schißegal. Oh, mein Gott ist das grad schwul hier. Ich bin nicht schüchtern. Ich beholde, es ist einfach mirror.. Ich bin nur gechillt. Weißte der... Der Tiberius der zieht sich noch mal schnell einen durch, dann geht's richtig los! Ich find's irgendwie lustig. Bei uns regnet's nicht, aber es gewittert trotzdem. Ist ja nicht Standard. Brot. Frot. Frot. Hast du schon ein leckeres Brot gegessen? Käse und Schummel. Bin frei. Ich bin frei. Also die Netherfestung bauen. Neco? Ja? Neco. Gesundheit. Leu. Ich hab vergessen den Nether wieder drauf zu machen. Nein, ich hab ähm... Ich komm nämlich nicht rein. Bei mir ist grad ein Plitz eingeschlagen. Na, wenn Nether nicht vorhanden ist, wird der neu generiert. Oh shit, das kann sein. Ähm, ich hab's nicht aktiviert. Äh, ich hab vergessen das zu machen. Ich mach dir das... Oh mann. Wenn kein Nether vorhanden ist, macht er das automatisch. Dann kriegt er einfach einen neuen. Ich komm aber nicht rein, ich kann nicht äh... Du kannst gar nicht rein. Äh, also da ähm... Ja gut, dann müssen wir noch kurz... Oh, verdammt. Nein, wir machen jetzt nix. Ja, ich hab den... Wir müssen einfach mal den Nether für heute sparen. Müssen wir einfach mal den Nether für heute sparen. Müsstens rüber laufen. Ja komm, die Stunde, kein Nether, das halten die nur noch mal aus, oder? No. Lol. Verkackt. Hm. Scheinbar doch nicht. Glück ist das kein Hardcore. Scheinbar doch nicht. Ja, geil, lass es auf Hardcore stehen. Kubi, komm nicht mehr rein. Darf's nicht. Erlaub ich mir. Ja, was machst du denn du? Der Fallen Hat den Fall-Roll gegessen Alter, ich so, seit vorhin will ich ein Crafting-Table Und da Niko? Ja? Bei welchen Koordinaten bist du gerade? 500 minus 150 Okay, danke Bitte Dann knall ich rein Freund oder Feind? Feind Ey, lass mal Peppys Wohnung abfackeln Ich würde dann gerne mal eigentlich zu dir gucken, Niko Sind das auch die Koordinaten von deinem Zuhause, oder? Ich habe kein Zuhause, kein wirklich Ich habe einfach so ein Provisorium hingestellt Das ist einfach so, weißt du Das sieht einfach mega-Porno aussieht, weil Oh shit Keinerweise blöd Peppi hat versucht, was porno-mäßiges hinzustellen Aber das wäre irgendwie Verschwendung, das jetzt einfach zu verbrennen Nachdem er gestorben ist Nachdem er gestorben ist, ja trotzdem wäre es irgendwie Verschwendung Ja stimmt, wir sollten eigentlich das Holz abbauen, ne? Ne, wir sollten das zum Gästehaus ummodulieren Ach, lass uns auch Zum Schäbigen aber im Gästehaus Warte, ich stelle ein Schild rein mit Ähm, von Peppi Der geile Rein nutzbares Gästehaus von Peppi Von Peppi, für Peppi Äh, gegen Peppi Alles klar Ich hoffe, dein Sarkasmus hört man raus Oh, auf deinem Dach steht ein Creeper-Share Ja, ja Läuft bei dir Ja, ja, ja Bin ich gewohnt Näh, näh, näh Bin ich gewohnt Wieso, stehen da mal die Aslaks drauf bei dir, oder was? Aslaks, what the fuck? Irgendwas wollte ich noch machen Ah, ja genau, ich wollte mir... Hä, was wollte ich machen? Yay, Nico, Nico... Okay, das Spiel ist offiziell buggy wie noch was Ich hatte gerade eine volle Eisenschaufel Noch komplett ganz Beide Blöcke abgebaut, kaputt Die hatte keinen Damage Läuft es bei meinen Hose auch immer Bei deinen Hose? Du lundst zweimal rein, dann sind sie kaputt Ja Dann sind sie zerbrochen Der Monstercock Kennt ihr das nicht? Das passiert, das ist, weil mein Körper macht automatisch eine Kernbohrung Oder er... Da muss man eine Kernbohrung durchführen Hahaha Ist eigentlich voll der Insider, ne? Aber Nico fängt damit auch schon an Ah, mhm Muss einfach, ne? Er führt eben regelmäßig mal eine Kernbohrung durch Nico, ich hoffe es macht dir nix aus, wenn ich mir mit deinem oder zuerst mal kurz eine Eisenschaufel oder drei mache Nö, nö, kein Problem Warum drei? Ein, fünf, sechsundzwanzig, dreißig, zwanzig, zwanzig, zwölf Ähm... Ich hab immer alles, was hier lag Oh, Alter Wtf Aber mal alles, was hier lag, hab ich auch mal in meine Kiste reingeknallt Also sag mir einfach Bescheid, okay? Bist du immer noch bei minus 150 und... Ja, ich gammel da einfach grad rum, weil ich grad nicht weiß, was ich so machen soll Aber wollten wir nicht mal... Ah, genau Die Farm, die ist bei... Du kannst hier nicht sein, weil das ist fast unser Standpunkt Wart 50 minus 150 Minus 150 und 500 Nein, 50 minus 150 Ach, achso, okay Okay, 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 okay Vollidiot, ey Schäm dich Schäm dich Schäm dich wegen deiner Rasse Scheiß Block Schäm dich mal deine Nuggets Hä? Ja, gel, schäm dich mal deine Nuggets Ich bin wegen seiner Rasse, was hast denn du bitte für eine Rasse? Ja, gelb, du siehst aus dem Türkei? Ich bin Enderman Türkischer Enderman Sag wala, du bist Enderman Türkisch Türkisch Er ist Türkischer Enderman Arabischer Enderman Ich geb mir grad Nils dein Wohnheim Wer ist da? Es gibt nichts besseres, ich schöp Alter Er hat die Schafe, glaub ich Ja, er hat Schafe Geil Tricks Viecher, ey Haben wir Weed? Nee Ja Alles klar, haben wir Weed Alter, what? Alex, haben wir Weed? Ja Sag wala Sag wala Weed Sag wala Weed Oh, Alter, ey, willst du mich blidigen Junge Ja, will ich Entschuldigung, aber Okay, hast du geschafft Was habe ich gemacht? Ich hab hier unten Farm in meiner Mine Was hast du eigentlich Stilett, Alter? Hier unten ist ein Weed Voll die fette Weed Farm Hier ist voll Drogen Am Statsch Ich schniff gleich noch eine Lane, Alter Du spielst eindeutig zu viel LOL Ich heiße das nicht wie Nils 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 Wie würdest du ihn gecheckt haben? Deine Mutter hat ihn gecheckt Denn der war so mega schlecht Einmal nur Den hätte eigentlich Julian bringen sollen Er ist ja so glücklicherweise nicht da So tief war das schon Hey, hier geht's da runter Was machst du? Alter Alex, was bringen deine Gänge da eigentlich? Da ist wieder ein zweiter Gang der nach unten geht Der wieder zu nichts führt eigentlich Ja, wieso führt der zu nichts? Weil da kommt noch eine Mine rein Da ist schon wieder so ein Gang der zu nichts führt Einfach um Stein wie blöd zu farmen, Alter Warum farmst denn du Stein? Weil Zum Burgen bauen brauchen wir das? Warte, ich glaub ich mach hier kurz noch was anderes hin Ja, ne Eigentlich nicht Doch Dein Ziegel kosten immer vier Steine mindestens Die du vorher noch brennen musst Zu Cleanstone und so weiter Bla 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 Piro, du hast dazugelernt, hey Ja Minecraft äh bei kleiner 3 das Bildungsfernsehen Und dann